Herzlich Willkommen Leute, zurück zu einer neuen Folge Jurassic World The Game. Letzte Folge haben wir uns den Dino Hyrus auf Stufe 40 angeschaut. Er ist ja eher enttäuschend vom Design her, top, aber enttäuschend. Und wir werden diese Folge ein paar Events abschließen. Es gibt wieder ein Stück Sosaurus Event, das wiederum nicht so nötig haben. Deswegen schauen wir uns mal die anderen erstmal an. Es gibt einmal die Arena Vorführung von Delophosaurus und ein Aquakampf. Und jetzt musst du schnell schalten. Wegen dem Schaltja oder was? Okay. Auf jeden Fall haben wir Schaltja und deswegen gibt es auch das Schaltja Paket. Ob es sich lohnt, kann ich nicht sagen. Was ist der linke? Ist das der Triosaurus oder wie der heißt? Der heißt auch Tri, oder? Neoniasaurus. Ich bin schon ein bisschen alles anders gewohnt. Den Triosaurus gab es ja auch mal im alten Spiel. Ja gut. Diese Folge möchte ich auch, weil ich wahrscheinlich nicht weiß, um was ich so genau sprechen werde, werde ich wahrscheinlich auch über ein bisschen Quetzalcoatlus reden, habe ich ja versprochen. Und wahrscheinlich, weil ich nicht so viel über ihn gefunden habe und mich nicht so gut mit ihm auskennen, auch noch ein bisschen über den T-Rex sprechen will. Denn T-Rex ist glaube ich das Wichtigste, was es gibt nach dem Spino. Weil T-Rex und Spino, mit den beiden kenne ich mich gut aus. Aber erst einmal, bevor es weitergeht, möchte ich euch ein kleines Bild zeigen, wo man die wahrscheinlich kommenden, äh, wie heißen sie, gut Legendären sehen wird. Wer, äh, die kommenden Legendären halt sieht. Tada! Äh, ähm, ja, also, wer alles noch kommen wird, ist Ehrlichosaurus, Kentrosaurus, Pachyrhinosaurus, Metiracanthosaurus, Secodontosaurus, Segnosaurus, Euteranus. Was man sagen muss, man sieht ja, dass, äh, da ein paar fehlen, die wir schon momentan haben, wie Cerato, Megalothrodon und so. Das heißt, es können immer noch mehr kommen, das sind jetzt nicht alle, aber ein paar, die wir noch nicht kennen. Und ich hab mich letzte Folge auch ein bisschen vertan, der Euteranus, ich glaub, der hat trotzdem auch 1000 Angriff, aber Euteranus, seine Stats sind schlechter als Troodon seine. Also, er hat das gleiche Verhältnis wie Troodon, also viel Angriff, aber sie sind schlechter. Metiracantho dagegen war der, den ich gemeint hab, der hat zu viel Angriff, und dafür halt irgendwie nur so 1000, was hat er, 1300 Leben wird er wahrscheinlich haben. Was ziemlich interessant wird, trotzdem bleibt wahrscheinlich Troodon erstmal der Beste. Wer auch ziemlich gut aussieht, ist Segnosaurus. Der hat nämlich verdammt viel Angriff und verdammt viel Leben. Der wird besser als Troodon von den Stats, und das ist ein Pflanzenfresser, ich glaub, der wird ziemlich teuer. Dann der Secordontosaurus, sieht aus, als wäre das auch einer wie ein Dimitrodon, von der Animation her, scheint viel Leben zu haben. Ob das jetzt direkt gut sein wird, sehen wir, aber ich weiß jetzt nicht, ob der mehr Leben ist. Ich glaub, der, äh, ich mein, mehr Leben hat als ein Cerato, weiß ich jetzt nicht. Ich glaub aber schon. Und mehr Angriff vielleicht. Lol, der wird vielleicht besser sein als ein Cerato. Kann man jetzt nicht so genau sagen, sind ja nicht alle auf Level 40. Der Lycosaurus scheint viel Leben zu haben, als Pflanzenfresser. Ja, so ein Art Cerato. Äh, der Kentrosaurus, ja, Mittelding halt. Aber OP scheint der Segnosaurus zu sein. Pachirino scheint auch, ja, Pachirino hat ein Lowern Level als Kentrosaurus und ist schon besser. Also Pachirino wird gut. Euteranus, wie gesagt, ein schlechter Drodon. Ein schlechtes Drodon halt. Metrakanto wird interessant. Und Segnosaurus wird ziemlich stark. Das, auf die freu ich mich. Das wird cool. Ja. Gehen wir mal weiter im Spiel jetzt. So. Ähm, ja. Monster der Tiefen. Ähm, ich glaub, Aqua Teams hab ich nicht bekommen. Ah, das wird auch ziemlich, ja. Äh, wird nicht wichtig sein, denn... Jo. Ja, ich glaub, da gibt's einfach... Da kann man nicht viel sagen. Da muss man einfach halt irgendeinen halt setzen, auf den man Bock hat, so. Der wichtig ist. Gut, ähm, äh, ja genau. Quetzalcoatlus, über den wollte ich ja reden. Man kennt ihn aus Ark als riesigen... Kann der uns... Nee, der kann uns nicht mit zwei töten. Man kennt ihn als riesigen Flugsaurier aus Ark. Das wahre auch in Wirklichkeit. Quetzalcoatlus gehört zu einem der größten Flugsaurier und somit auch einer der größten fliegenden Lebewesen aller Zeiten. Der Erdgeschichte. Ähm, der Quetzal, also... Man kann nur schätzen, weil ich... Das hab ich jetzt nicht nachgeguckt, was man von ihm so gefunden hat, aber... Äh, man schätzt seine Spannweite auf verdammte 11 bis 13 Meter. Das ist so lang wie ein T-Rex. 11 bis 13 Meter. Oh mein Gott. Das ist echt brutal. Das ist... Das ist ein kleines Segelflugzeug. Oder vielleicht sogar ein großes. Keine Ahnung. Och, das war so klar. Äh, brutal. Ihr müsst euch das mal vorstellen. 11 bis 13 Meter. Uiuiui. Äh, als Vergleich... Äh, oh shit. Hä? Äh, lol. Ich hab einfach nur... Einmal gedrückt und... Auf einmal bin ich instant im Ding. Vergessen wir das mal. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist nämlich... Äh, oh, oh, oh. Noch Prognatur und zur Sicherheit. Man muss... Also, ja, ich hab jetzt nicht nachgeguckt, was für eine Spannweite so ein... Mäuse-Bussard hat. Oh Gott, Bussard, Mäuse. Ach, ihr wisst schon, was ich mein, ey. Raub, so ein Raubvogel von uns hier, Deutschland hat. Das hab ich jetzt nicht nachgeguckt, aber... Auf jeden Fall 11 bis 13 Meter. Ich glaub, man kann sich denken, das ist riesig. Ist es nämlich auch gut. Ähm, ja, dann der Quetz Alkoatlus. Man muss sich auch denken, äh, ist der überhaupt geflogen? Das muss man sich auch irgendwie überlegen. So, man sagt, er hat wahrscheinlich meistens seiner Wege. Also, er hat wahrscheinlich lange Wanderungen. Schon, sag' man mal, unternommen. Aber diese wahrscheinlich im Segelflug und wie die heutigen Vögel den Aufwind ausgenutzt. Ist glaub' ich auch klar, weil... Sein Gewicht schätzt man auf wirklich für die Größe mindere 100 bis 200 Kilo. Also, wie dieses mindere Gewicht zustande kommt, ist ganz klar. Er hatte wahrscheinlich, also sehr, sehr wahrscheinlich, hohle Knochen. Das haben... Hatte wahrscheinlich den T-Rex auch. Das... Also, hohle Brustknochen, damit er... Also, ich glaub' der hatte sogar, hohle... Oder was der Tarbo saug ist. Nicht, dass ich das verwechsel jetzt. Irgendeiner... Ist schon wieder aufs Ding gedrückt, ey. Irgendwas war da. Ich glaub' Tarbo war es. Verwandter vom Rex. Naja, auf jeden Fall... Ist... Hatte der Quetzal deswegen... Quetzal sag' ich immer, wegen Arc. Der Quetzal Cordlus hatte wahrscheinlich hohle Knochen. Also, es ging nicht wie ein Arc, dass man einfach so von der Stelle einfach losfliegt. Da muss der erst mal Anlauf nehmen, von der Klippe runter, was ich. Segelflug halt. Ihr kennt es. Konnte nicht einfach wie ein kleiner Flugsaurier gleich durchstarten. Äh, wir nehmen ein Stück so. Dunkle Oster ist mega Luton. Dann... Äh, was er so gefressen hat. Ja, das Übliche. Wahrscheinlich jeder Flugsaurier auf Fisch, aber auch Langenhalsbabys. Ich weiß jetzt nicht, was für welche, aber auf jeden Fall hat er das wahrscheinlich auch. Es ist echt krass. Und Quetzal Cordl, das ist irgendein, das hab' ich auch gelesen, irgendein Gott, der wie eine gefiederte Schlange aussieht. Weil der Quetzal Cordlus hatte ja einen riesigen Hals, also einen langen Hals, wie fast jeder Flugsaurier. Deswegen gab man ihm den Namen, Quetzal Cordlus. Irgendwie schlangen Gott aus, ich weiß nicht welchem Land. Thailand, keine Ahnung. Naja. Gut. Das waren jetzt so die Dinge, die ich vom Quetzal, ja, gefunden hab. Dann so, was ich persönlich meine ist, Quetzal Cordlus, ganz klar ist mit dem Segelflug, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Dann, das, äh, das, was er gefressen hat, glaub ich auch, sind wahrscheinlich so... So, ja, es ist, glaub ich, sehr wahrscheinlich, dass er so... Der muss ja schon was, äh, wie sag' mal, energiereiches zu sich nehmen, wegen seiner Größe. Deswegen glaub ich nicht, dass er sich nur von Fisch, wie ein Terranodon zum Beispiel, ernährt hat. Wo ein Terranodon jetzt sich auch nicht nur von Fisch ernährt hat, aber... Ja, ist, glaub ich, selbstverständlich, was ich meine. Ähm, ja. Ich hab Steam aus der Seen noch angehabt. Sorry, sorry. Deswegen habt ihr grad wahrscheinlich Steam gehört. Gut, äh, was ich dann noch sagen wollte, ist, dass Quetzal, der Quetzal Cordlus auch sehr, sehr wahrscheinlich gefedert, befedert war. Das denkt man ja, heutzutage von jedem Saurier oder Terrosaurier. Ich glaub, Terrosaurus ist es doch. Ja, auf jeden Fall gehört Terranodons nicht zu Dinosauriern. Das sind keine Dinosaurier, also Terrodaktyl. Ich weiß nicht, wie die Art heißt. Ich glaub, Terrosaurier. Gut, dann, ähm, ja. Kommen wir mal zu einem wichtigeren Punkt. Jetzt sag ich euch einfach mal so ein bisschen was, was ich so vom T-Rex weiß. Oder wie ich den Tyrannosaurus Rex, den König aller Echsen, finde. Ja, den T-Rex, den kennt man ja meistens als den Oberkiller. Den, ja, kennt es? Der Zerstörer. Gefährlichster Fleischfresser. Oder wie ein Jurassic Park World als gefährlicher Saurier, aber der eher ein bisschen blind ist, sagt man mal. Und nicht immer schlau. Und da muss man echt stark, das muss man echt widersprechen. Auch das mit, dass er nicht gerade, sagen wir mal, schlau oder, dass er nicht der Ober, weil man sagt ja immer, ach, stimmt nicht, nur Arsfresser. Das weiß man nicht genau. Also, das mit dem Arsfresser-Theorie, das hat halt, ja, das kam halt zustande, weil der Tyrannosaurus kurze Arme hatte. Hatten zwar viele Fleischfresser, aber er hatte wirklich total unnützliche. Andere hatten vielleicht noch ungefähr lang genug, äh, zum Beispiel Alosaurus, Giganoto, die hatten noch lang, die ehre Arme waren noch lang genug, um ein bisschen was festzuhalten. Das ganze Tyrannosaurus gar nicht. Oder man weiß es nicht, vielleicht konnte er es sogar. Ich glaube, ich habe sogar mal nachgelesen, dass er mit dem Arm, ich glaube, ein bis zwei Tonnen festhalten konnte. Also, tragen konnte. Irgendwas war da. Und wenn man das dann wiederum hört, denkt man sich, ja, war schon was möglich. Ich will aber nicht vom Thema, äh, abstreifen, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass der T-Rex, wegen dem Ganzen, ist nicht gefährlich und so. Das stimmt gar nicht so. Der Tyrannosaurus, der kann schon gefährlich sein, wegen seiner ganzen Reiskraft-Sache und so. Das mit dem Aasfresser kam dann dazu, weil, auch, ähm, weil man auch weiß, dass der T-Rex dolchartige Zähne hatte. Keine scharfen, sondern dolchartige. Das ist, ähm, muss man so verstehen, dolchartig, also scharf heißt halt Fleisch zerreißbar, man kann Stücke rausreißen, was weiß ich. Und mit dolchartigen, wie der Name schon sagt, ein Dolch. Man hat einfach wo richtig fest reingebissen. Und man glaubt halt deswegen, dass der T-Rex mit Knochenbrüchen, also irgendein Dino, sagen wir mal, ein Genick, Knochen gebrochen und dann war er tot. Somit hat er getötet. Nicht mit zerreißen, was weiß ich, wie man's kennt vom Allosaurus Giganoto, nein, mit Knochen brechen von dem Ganzen. Und das scheint auch plausibel, wieso er so eine starke Weißkraft hatte. Nur die Frage ist wiederum, wieso hat sie, hat die, also das ist unbeantwortet, aber die Frage ist natürlich, wieso hat die Evolution sich so geändert, dass man von scharfen Reißzähnen zu dolchartigen Zähnen zurückgeht, um Knochen zu brechen. Das kann man sich, das können sich Wissenschaftler bis heute nicht, können sie immer noch nicht sagen, wieso. Ich meine, also beziehungsweise ich selbst würde sagen, dass immer mehr Dinos schneller töten mussten, also vielleicht was wie der T-Rex. Denn ich meine, wenn einfach nur einer mit Reißzähnen auf einen losgeht, muss er ja erstmal für Gutwunden sorgen. Klar, er kann genauso gut das Genick brechen, aber ich meine halt, der T-Rex musste schnell töten. Er war nämlich nichts gerade schnell, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Ich meine nämlich, dass er, wenn er gejagt hat, vielleicht, wie man es aus Jurassic Park 1 kennt, aus dem Busch rausschnellte und schnell einen sich gepackt hat. Er musste definitiv töten. So ist es ja auch heutzutage in Australien, wieso die meisten Tiere tot, äh, nicht tot, sondern ein tödliches Gift besitzen. Die mussten definitiv, wenn sie Beute sehen, diese auch töten. Wegen, oder, ja eben, wegen dieser, was heißt, Hungersnot. Damit sie halt wirklich was zu fressen bekommen. Ihr versteht es mit Sicherheit. Deswegen meine ich, dass der T-Rex wahrscheinlich so eine starke Beißkraft hatte und das Ganze, damit er definitiv tötet. Ich meine, Genickbruch tötet schneller als nur für Wunden sorgen. Ganz klar. Und man weiß nicht, vielleicht hat der T-Rex sogar am Rudel gejagt. Ich glaube, man hat sogar mal Spuren entdeckt, wo mehrere Rexe gesehen wurden. So, ich würde sagen, wir setzen mal Danuhairus ein. Und dann, 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 dann. Ja, wohl, erstmal Terezin und dann Danuhairus so. Ja, wir hatten halt, wahrscheinlich, ich glaube, das war T-Rex, dass man da Familienspuren entdeckt hat. Also von mehreren T-Rexen halt. Ja. Was ich auch noch sagen will, ist natürlich diese ganze Idee mit dem, man, er sieht nichts, was sich nicht bewegt. Ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Man hat es nur damals zu Jurassic Park Zeiten gesagt. Da war ja vieles noch ziemlich alt. Also viele Theorien, auch von den Raptoren, wie groß die waren, bla bla. Das ist, das Ganze ist halt, ähm, so gewesen. Ich glaube, die haben irgendwie das bei Alligatoren festgestellt, dass manche nur auf Bewegungen reagiert haben. Deswegen haben sie es spaßhalber, spaßhalber gesagt. Der Rex sieht nur das, was sich bewegt. Was wiederum den Film, glaube ich, auch, also sowas bei mir, spannender gemacht hat. Weil, ich denke mir immer, komm, beweg dich nicht, beweg dich nicht, sonst stirbst du, bla bla. Und somit hat man da wahrscheinlich ein bisschen mehr mitgefiebert. So würde ich es mir jetzt erklären, wie sie es gemacht haben. Gut, auf jeden Fall ist es vollkommener Schwachsinn. Denn der Tyrannosaurus hat eine der besten Augen aller Dinosaurier. Was echt krass ist. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, ich hab's mal wo gesehen. Der hat, ähm, kennt es ja bei Pferden. Man sagt ja ja manchmal, lol, hä? Hab ich mich verrechnet? Hab ich mich echt? Och, nee. Ach, scheiße, jetzt hab ich mich, jetzt hab ich tatsächlich einen Fehler gemacht, lol. Nee, auf jeden Fall hab ich's mal, äh, wo gesehen in einem Video. Es ist ja auch logisch, man kennt es ja bei Pferden. Die haben ja vorne den toten Winkel. Die haben ja nämlich Augen, äh, die Augen außen, außerhalb des Kopfes. Äh, ich hab's auch außen, äh, außerhalb. Ich mein halt so ganz links, rechts an der Seite. Wir haben sie ja weiter nach vorne gewinkelt, unsere Augen. Das haben eben die Pferde nicht. Und die meisten Fleischfresser, zum Beispiel Spino, Gianotto. Somit hatten die vorne einen toten Winkel. Der Tyrx dagegen hatte seine Ohren, oh, Ohren, was labere ich hier, Mann? Augen weiter nach vorne gelegt. Womit ihm ein gutes Sichtfeld entstand. Also ein dreidimensionales Sichtfeld, oder so wird es genannt. Auf jeden Fall konnte er somit die Entfernungen besser abschätzen und so. Und an sich hatte er richtig gute Augen. Ich weiß nicht mehr den Vergleich, oh Mann. Hätte ich davor anschauen müssen. Ich war auf jeden Fall erstaunt. Irgendwas mit Fußballfeldern war da als Beispiel. Ich glaube, fünf Fußballfelder weit konnte er sehen oder mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und das fand ich echt brutal, weil ich auch mal gelesen habe, dass der Tyrannosaurus irgendwie über mehrere Kilometer einen Geruch wahrnehmen konnte. Ich glaube, das waren 50 Kilometer oder sowas. Echt krass ist. Auf jeden Fall fand ich es krass. Wie gesagt, die Augen, er hatte echt gute Augen, der Rex. Und deswegen, meine Theorie ist, dass der Rex alles konnte. Er konnte jagen. Er konnte, er hat Ars gefressen. Hat ja keiner verschmäht. Er hat einfach alles. Und ja. Was ist hier los, Mann? Ich verstehe es einfach nicht. Ah, jetzt habe ich wieder Sound. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, ich kann die Aufnahme jetzt vollkommen vergessen. Ich muss wieder schneiden, aber... Nee, irgendwie hat man gerade mal ein Headset wieder gesponnen. Ich habe hier beim Radl ein bisschen was gedreht. So, jetzt passt es. Von der Lautstärke her hat da gerade was gesponnen. Gut. Ja, wo waren wir beim Rex? Genau. Wie gesagt, ich glaube, er hat beides. Ich meine, jeder würde alles... Ich glaube, selbst... Kein Dino würde Ars verschmähen. Also, äh... Hinter... Weg... Äh... Ach, Mann. Wie sagt man gleich? Keine Beschränkungen, Loll. Keiner würde Ars einfach wohl liegen lassen. Jeder würde... Ich meine, es ist zum Überleben wichtig, daher... Ihr wisst, was ich meine. Würde es kein Saurier hinterlassen. Er würde... Es fressen. Ganz einfach. Gut. Das meine ich halt vom Rex. Er war wahrscheinlich, meiner Meinung nach, schon auch... Einen Jäger. Weil es einfach die Entwicklung... Die Evolution... So zugelassen hat. Ich meine, er musste schnell töten. Deswegen hat er wahrscheinlich diese... Starke Weißkraft gehabt, mit der er dann schnell töten konnte. Naja. So ist das zu verstehen, meine ich. Bäm. Weg mit dir. Ja. Das ist meine Meinung zum Tyrannosaurus. Dann mit diesem... T-Rex vs. Spino-Gedöns. Wie immer. Ich meine, beide haben eine Chance. Kommt ganz drauf an. Rex konnte... Weil er echt ziemlich schlau war. Genau. Der hatte nämlich auch... Das habe ich vergessen zu sagen. Ein ziemlich gut... Ähm... Also gut... Äh... Wirklich ziemlich gutes... Gut entwickeltes Gehirn. Sage ich jetzt mal. Er konnte sein... Also so sagen manche... Er konnte seinen Angriff taktisch planen. Ähm... Was auch Sinn wiederum gibt, denn... Man kennt ja auch diesen... Ich sage jetzt mal legendären Fight... Triceratops gegen T-Rex. Und die neuen... Wirklich Vermutungen... Neuen... Äh... Funde sagen, dass der... Triceratops eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hatte als der T-Rex. Was echt... Komisch ist, denn ich meine der Rex, der muss ja gewinnen, damit er was zu fressen hat. Und deswegen... Musste der Rex ja auch seinen Angriff taktisch planen. Weil der Triceratops hatte einfach den Vorteil, dass er von unten... Angreifen konnte und durch... Vier Beine... Also durch die Vier Beinbewegung... Beweglicher irgendwie war. Und somit er halt schneller... Winkel gehen konnte, was weiß ich... Kurven und das Ganze. Das konnte halt der Rex nicht. Der war zwar wahrscheinlich schneller... Konnte aber durch Zwei Beinbewegungen nicht so schnelle Kurven laufen. Was den Triceratops ein schweres Ziel machte... Irgendwie... Gemacht hat. Und deswegen... Muss der Rex wahrscheinlich seine Angriffe, wie gesagt, taktisch planen und schnell töten. Deswegen meine ich das mit dieser starken Weißkraft. Und... Er war so schlau deswegen... Weil er es taktisch planen musste. Ja, das ist meine Meinung zum Tyrannosaurus. Ich finde nicht, dass er... Voller Low-Typ ist, der gar nichts konnte. Wie manche sagen, reine Aasfresser. Aber er ist auch nicht der Oberkiller. Muss man sagen. Das ist halt... Er ist ziemlich interessant, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind tot. Verdammt! Ich hätte taktischer spielen sollen. Nein, Dominus! Gut, die wollten das so. Die wollten das so. Kolosaurus Racks jetzt. So. Kolosaurus, der rackt jetzt alle. So, saven. Bitte, setz. Ach komm. Ich wollte, dass er setzt. Dein Ernst? Hallo, jetzt setzt mal Punkte. Ich hoffe, das war interessant und... Ihr... Seid auch ein paar meiner... Also, ihr akzeptiert, beziehungsweise seid auch für ein paar meiner Vermutungen und Meinungen. Also, ich hoffe es mal. Und sonst könnt ihr ja in den Kommentaren was... Hinzufügen, was nicht gestimmt hat. Oder... Also, was ausbessern oder halt was noch hinzufügen zu etwas. Äh... Was sollte das jetzt? Das gibt's doch nicht. Verreck endlich. Hab echt Schiss, dass er uns jetzt einfach irgendwie angreift. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht sein Ernst! Wie konnte der wissen, dass wir alle vier auf... Äh... Auf... Äh... Safe hat. Hm. Das konnte der doch gar nicht wissen. Never! Ach, leck mich am Arsch. Alle her. So. Die werden jetzt alle zerstört. Wenn der es nicht hinhaut hier. Nur fails. Mann, oh man. So. Saven. Ach, Cerato, du machst zu wenig Schaden. Selbst mit einem klassen Vorteil. To hit. Naja, obwohl... Gegen Unasaurus ist Cerato sogar von allen... Dreien der Beste. Denn alle machen ihn to hit. Das ist dann natürlich doch wiederum ein Vorteil, weil er dafür mehr Leben hat. Ich probiere ihn zu töten. Ich muss alles... Oh, scheiße. Verdammt. Wir sind so tot. Oh, ja. Er setzt vier Punkte vielleicht. Ja. Zwei hat er übrig. Aha. Fuck. Ähm. Ich setze einfach alle. Na, jetzt haben wir einen Gegner vor uns. Der kann gar nichts. Klassen Nachteil. Plus schlechte Steps. Na, so hat er echt nicht so gute Steps. Nein. Hat er nicht gemacht. Jetzt haben wir einen scheiß Bug ausgelöst. So. Jetzt bist du aber down. Gut. Jetzt ist er weg. Weg vom Fenster. So, wenn euch diese Folge gefallen hat... Ah, ich kann heute kein Deutsch. Ich verspreche mich so hart heute. Also hab mich so hart versprochen. Oh Gott, man. Wenn euch diese Folge verfall... Ah, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Like da. Und abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir haben jetzt dieses unter der Oberfläche Event nicht gemacht. Da haben wir es nicht benötigt. Wir haben bereits den Stück Sousaurus. Wir brauchen nur noch das Event für die Schildkröte. Deswegen, wer nice und das mal kommt. Aber wie gesagt, ich hoffe, es kommen in Zukunft dann mal die gut Legendären. Und ich hoffe, euch haben auch diese Theorien von mir gefallen. Beziehungsweise meine Meinung zu den jeweiligen Viechern. Also Rex und Quetzalcordlos. Lasst einen Like da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.